Wer kann... Kann man nicht Feuerball kaufen? Nein, Julian. Nö... Was? Tschö Julian, Pechkopp ist sauer. Ich bin verwirrt. Arscherle. Werf... Werf ich dich? Ich werf dich. Nächste ist ein Gem. Zieh mal die Scheiße weg. Danke. Geht auf mein Level. Dazu müssen die Dinger mal respawnen. Oh. Da wo ich rasiert. Nein. Gibt es einen Unterschied zwischen den Metallstangen und den Holzstangen? Oder sind es alles Metallstangen bloß in einer anderen Farbe? Optisch glaube ich. Warum hat er grad losgelassen? Ich muss sagen, dieses... ...Level ändert mich sehr an Buzz Lightyear oder Joker. Warum lässt er mal von der Stange los? Ja, passt gleich hier. Smooth. Jetzt hast du die Ventilation wieder angemacht. Jetzt habe ich wieder ausgemacht. Was hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung. We don't talk about it. Ja. 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 Hier ist ein Jetpack. Ja. Und... Keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Ich ziehe hier ein paar Blöcke weg. Und dann... ...gehend man hier durch. Und dann geht es eigentlich doch nicht lang. Und dann... ...schmeiß dich nicht hier rüber. Dürf mich. Und dann gehst du da runter. Und dann gehst du rechts rein. Da gehst du rechts rein, weil ich den hier... Dann ziehst du den nach... ...den hier weg. Und dann... Kannst du runterkommen. Und dann... Und dann... Dann muss man uns irgendwie von der anderen Seite ran. Dann... Ja, das ist echt komisch. Ja, ja. Muss ja von der anderen Seite an helfen mir hochzuspringen und bleibt dann da. Wo? Was? Ach da. Ja. Ja. Und jetzt kannst du den Yoshi holen. Musst aber erst freilassen. Runter gehen. Ja, jetzt. Mit dem Yoshi. Hier drauf stellen. Können wir sicher irgendwo anders lang. Dann... Äh... Komm her. Wir müssen hier... Oh, warte. Ich hab ne Idee. Alter. Ich muss niesen. Meine Nase. Äh... Hallo? Boah. Nein. Ich hab meine Päppel verkackt. Nein. Ich hab meine Päppel verkackt. Alter. Scheiß drauf. Da kommen wir schon irgendwie hin. Wir kommen schon irgendwie hin. Wortlos klättert er. Okay, nicht mehr. Jetzt nicht. Können wir nicht... Da oben lang? Ich hab keine Ahnung. Da sind wir doch hergekommen. Ich bin halt gesprungen. Fuck you. Ich bin ganz sehr verwirrt. Warte mal. Wenn wir uns die grünen Blöcke fertig haben. Nein. Hier kommen wir ja nicht weiter. Oder? Ne. Warte mal. Hier? Wir brauchen einen Stein. Glaube ich. Ah ne. Das Yoshi muss hierher. Oder? Ne. Das Yoshi wurde ja geparkt. Das ist schon richtig. Ah. 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 Komm. Komm auch. Kannst du mal ausnahmsweise nicht beide Jetpacks nehmen. Öhh. Die du spauen auch gleich. Schön mal. Perfektes Timing. Ich komm zu dir. Schau links den Gems. Alter. Lass mal versuchen die einfach zu bekommen. Oh, ich weiß was. Wenn ich das Yoshi da auch nach oben bekommen könnten wäre nice. Aber das bekommen wir nicht. Das hab ich ja jetzt geschafft. Jetzt könnte man hier unten. Ne, doch. Jetzt kommen wir in den Jungs. Und dann kann man auch ins Exit gehen. Aber das machen wir noch nicht. Wie. Das machen wir noch nicht. Wollen wir mal das Zeug in der Mitte haben wollen. Was wollen wir haben? Geh nicht rein. Geh nicht rein. Welches Zeug in der Mitte? Na das da. Ach so. Ach so, ja. Ja dann. Nimm doch mal den Scheiß hier und. Äh. Lol. Ich. Ich hab grad auf dich geschaut. Äh. Geh weg. Äh. Äh. Wie soll man denn das da wegbekommen? Äh. Fuck you. Weißt du wie man da hinkommt? Und zumindest. Eine Idee hab ich noch. Oh ja. Warte mal. Ne, das geht ja nicht. Wow. Wenns rechts lang zu schwer ist, dann gehen wir halt links lang. Oder so, ja. Und du hast ne andere Idee wie ich? Ja, stimmt. Die Idee kannst du sein. Kannst nur zweimal. Jetzt sitzt. Darfst nur noch normal springen. Äh. Ja. Ja. Weißt du was, Wolknoll, oder? Ja. Okay, eins hab ich. Ja, das andere mach ich. Gut. Warte, jetzt komm ich nicht rüber. Ja. Ich hab's zu spät aktiviert. Ja. Was? Ja, bitte. Ja, bitte. Wupsi. Wupsi. Oh. Gut. Wie kommen wir jetzt zum Ziel? Ah, ich weiß noch. Ich verlöse die beiden Jetpags. Jetzt gehen das scheiß Ziel. Gut. Weißt du, ob ich keine Lust habe? Auf die Level auf Zeit. Die werden bestimmt kaum schwer. Nein, du spielst doch leicht. Was habe ich gesagt? Die werden leicht. So. Oh, ja, nice. Oh, man kann sich da oben festhalten. Jetzt check es. Aha. Du Opfer. Manchmal will ich nicht zu mir. Du Arsch. Du Arsch. Kannst du da Hilfe schreien? Nein. Oh, wow. So. Ich wäre natürlich gut. Los, auf geht's. Alter, scheiß drauf. So. Oh. 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 Hey. Ich verstehe es nicht Wenn wir so einen Schein, dann gehen wir mal wieder Die Blöcke, um es zu bewegen brauchen Nen Zweierblockabstand Du kannst den hier nirgendwo wegbewegen Die beiden darüber auch nicht rauf und runter bewegen Komm mal runter Lass dir da, komm, schau es mir Schau es mir Siehst du, wo ich dir Du hast ihn rausgeglitscht Ja, gut Easy Explore Nein Geil Komm, gib sie mir alle Wir spielen das Spiel immer fair So, jetzt kann man theoretisch auch Warte, den da runter, den da runter Hallo Nein Nein Äh Warte Mach kurz Ja, oder so 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 Aha, okay Ja, gut Komplett fair Wirf mich Oder so Gut, dass das Game so einwandfrei funktioniert Komm hoch, dann werfe ich dich Hä 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 Okay Warte ich Komm Boah Hä Okay Das war komisch Wir stellen vor Louis' lustige Sprachfehler Ich bin grad zweimal auf Blöcken gesp... Bläh Bläh Deutsche Sprache Sprache Schwere Sprache Alter, leck mir am Arsch Man kann's schaffen, aber ich kann Hilfe geben Hilfe... Hilfeleistung Erste Hilfeleistung What an amazing jewel What an amazing jewel Bläh Okay, wir tun Bläh 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 Ich weiß genau, wo ich vom Ballknurl geht Ja, ich auch Bläh 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 W pretending Fläche Schwere Bläh Ja Bläh 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 Oh nein! Oh nein! Jetzt wird quasi das ganze Level geswitcht Alter, ist der schnell! Wie hoch kann der springen? Das ist ein richtiger schneller Boy Hä? Wahrscheinlich soll er dich jetzt eigentlich das ganze Level verfolgen, aber wir haben ihn exploited Ich glaub fast nicht, dass der das ganze Level soll Zünd dich an Ja Geh vor mich Dann zünd ich dich auch an Du warst einfach zu schlecht Ich helf noch Ähm Der Betz hat es auch normal geschafft, GG Äh 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 Alter Äh Einmal kannst du jumpen Achso Ähm Ja Äh Ihr seht's Das bleibt ja sehr schwierig Ja Loll Voll die Zernichtungsmaschine Okay Oh da kommen sie Oh wie süß Hä? Das sind voll die Lasercockblocker Äh Für mich hat es nicht mehr gerücht Ja mal das Jesus Mutter Maria Was? Fuck You Ach komm Fuck you Hattie Fuck you Fuck you Und Und Es ist ein A Good Das ist ein A Das ist ein A Das ist ein A